Hallo, hier ist Python. Ich zeige euch ganz kurz, wie ihr ohne McDonalds ganz einfach zu Hause die Nintendo Zone benutzen könnt. Denn kommenden Mittwoch am 15.10. kommt ja die Omega Rubin und Alpha Saphir Demo hier in Deutschland raus. Dafür werden eben Download Codes über die Nintendo Zone verteilt. Und damit ihr nicht extra zu McDonalds fahren müsst, zeige ich euch kurz, wie ihr das Ganze ganz einfach einrichten könnt. Beste Voraussetzung ist dafür, dass ihr mobiles Internet auf eurem Handy zur Verfügung habt. Ihr könnt das Ganze auch über euren Router machen, da die gleichen Einstellungen vornehmen. Allerdings müsst ihr dann eben wissen, wie ihr bei eurem Router diese Einstellungen eben vornehmen könnt. Wie gesagt, am einfachsten ist es über ein Handy, wenn ihr dort einen mobilen Hotspot einrichten könnt. Das könnt ihr im Normalfall ganz einfach über die Einstellungen machen. Hier bei meinem Android Handy ist es so, unter weitere Einstellungen, Teethering und mobiler Hotspot, kann ich eben einen mobilen WLAN Hotspot hier eröffnen. Und dann ist es eben wichtig, dass ihr das Ganze ein wenig konfiguriert. Dafür muss ich hier drauf tippen bei mir. Und eben hier unten auf Konfigurieren. Und jetzt müsst ihr das hier als SSID eingeben. Nintendo Spot Pass 1. Es gibt auch andere SSIDs, die funktionieren. Allerdings ist das, soweit ich weiß, für uns hier in Deutschland die beste SSID, um das zu Hause einzurichten. Und wichtig ist, dass ihr bei der Sicherheit das Ganze offen einstellt. Wenn ihr irgendeine Verschlüsselung da reinmacht, dann funktioniert das Ganze nicht. Also, ihr müsst die richtige SSID eingeben, so wie sie hier steht. Achtet darauf, dass drei Buchstaben hier groß sind und noch die Eins dahinter ist. Das müsst ihr bei euch eingeben und das Ganze muss offen sein. Und dann wird euer 3DS das Ganze als Nintendo Zone Hotspot erkennen. Und ihr könnt die Nintendo Zone dann nutzen. Die wird hier unten bei euch im Menü dann eben angezeigt. Das hier ist der richtige Punkt. Der wird dann eben automatisch erscheinen, sobald der 3DS eben registriert hat, dass der Hotspot in der Nähe ist. Jetzt konnte man mich sogar ein bisschen in der Spiegelung sehen. Wie schön. So, dann geht ihr eben in diesen Menüpunkt Nintendo Zone. Die Ladezeiten dort sind manchmal etwas länger. Aber so könnt ihr eben die Nintendo Zone einfach zu Hause nutzen und müsst jetzt am kommenden Mittwoch nicht extra zum McDonald's fahren, sondern könnt zu Hause reingehen in diese Nintendo Zone und euch hoffentlich euren Download-Code für die Omega Rubin oder Alpha Saphir Demo holen. Ich hoffe, dass jeder von euch dann einen Code bekommen wird. Das Ganze soll wieder etwas limitiert sein. Ich weiß auch nicht so recht, warum Nintendo das so macht und nicht einfach jedem die Demo zur Verfügung stellt. Gut, fürs Marketing ist das eventuell gar nicht so verkehrt, aber es ist trotzdem je nachdem unfair, wenn dann manche eben Codes haben und andere nicht. Ich denke mal, dass das Ganze dann hier unter Demo-Version, das ist hier so ein Menüpunkt, verteilt wird. Wie genau das dann aussieht, kann ich noch nicht sagen, aber schaut dann eben jetzt am Mittwoch, am 15. hier in diese Nintendo Zone. Um welche Uhrzeit das dann starten wird, weiß man eben auch nicht. Aber schaut auf jeden Fall mal da rein und ich wünsche euch viel Glück dabei, einen Download-Code zu bekommen. Ich hoffe, dass das Ganze bei euch funktioniert. Jetzt sonderlich schwer einzurichten ist es ja nicht. Ich hoffe, dass ich euch damit helfen konnte. Bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.